Einmal damit angefangen, fällt es schwer wieder von den Klimmstängeln loszukommen. Marina hat es geschafft. Sie hat ein Motivationsbuch gelesen und ist seit 5 Jahren Nichtraucherin. Ich habe jetzt insgesamt 19 Jahre geraucht. Der körperliche Entzug anfangs war extrem schwer. Ich habe Albträume gehabt, ich bin nachts wach geworden und war sehr aggressiv, auch meinem Freund gegenüber. Der Nikotinentzug war für Marina alles andere als einfach. Statt geraucht habe ich dann viel gegessen, viel Weingummi, viel Schokolade, Pommes mit Mayo. Also ich habe halt so richtige Fressattacken bekommen. Dadurch habe ich dann ungefähr 15 Kilo zugenommen. Die sind inzwischen wieder runter. Für Marina steht heute fest, sie raucht nie wieder.